Hallo Leute, grüßt euch, ich bin's, der Uwe Wallisch, der Imkermeister aus Sachsen. Und ich würde mich toll freuen, wenn ihr mitmacht bei meiner Aktion Streuobstwiese. Auf meiner neu angelegten Streuobstwiese, da gibt es jetzt 5 Apfelbäume, 3 Birnbäume, 2 Kirschen sowie eine Pflaume. Und eine Blühhecke aus Wildobst, Wildrosen und Weidensträuchern, die gibt es auch noch. Und nun kommt's, ihr könnt Baumpate werden oder eben Strauch- bzw. Rosenpate. Da ist für jeden was dabei. Und für jede Patenschaft gibt es eine Urkunde mit eurem Namen und Wohnort drauf. Und genau im Vermerk, für welches Gewächs ihr die Patenschaft übernommen habt. Und das Ganze selbstverständlich von mir persönlich unterschrieben und wenn gewünscht zeremoniell übergeben. Ansonsten per Postbote. Außerdem gibt es zu jeder Patenschaft noch gratis Honig dazu. Also wenn das nicht ist, Leute. Alle weiteren Details erfahrt ihr auf meiner Webseite www.uves-landhonig.de. Dort klickt ihr einfach auf den Button Aktion Streuobstwiese. Und um euch die Entscheidung für die Patenschaft ein bisschen leichter zu machen, gibt es in den folgenden Videos jeweils ein Obstbaumporträt bzw. ein paar Worte zu den Mitgliedern der Blühhecke. Viel Spaß beim Angucken. Euer Uwe Wallisch. Ciao, ciao. Macht's gut.